Hallo, ich bin Adija Oralek, ich bin 14 Jahre alt und komme aus Südafrika. Ich wohne zur Zeit im DFI und meine Lieblingsfächer sind Englisch und Mathe. Ich bin in Klasse 7b. Meine Hobbys sind Fußballspielen, Rappen und Surfen. Ich spiele zur Zeit im DFI 15 und meine Position ist 6er. Meine sportlichen Stärken sind meine Technik und mein Passen. Meine größte sportliche Baustelle ist, dass ich zu viel dribble. Meine Charakterstärken sind hilfsbereit, nett und selbstbewusst. Meine größte charakterliche Baustelle ist mehr an sich selbst zu glauben, also fußballerisch. Meine Ziele sind mich fußballerisch sehr zu verbessern und einen guten Schulabschluss zu bekommen. Ich bin ein Klasse, ich bin ein Klasse, ich bin ein Klasse. Ich bin ein Klasse, ich bin ein Klasse, ich bin ein Klasse. Untertitelung des ZDF, 2020